Hallo und herzlich willkommen zurück zu Project Cars, leider als ich mal einen PC neu gemacht habe, ist Miss Survival weggegangen, also es war nicht der Fehler von Miss Survival, von Steam, von wen auch immer, sondern von mir. Da wird aber trotzdem erstmal ein Cut gemacht, weil nochmal von vorne möchte ich wirklich nicht. Und hier ist es leider genauso, aber wir starten jetzt einfach bei der, wo man normalerweise startet, und zwar bei Kart. Normal, ich habe ja bei diesen LMP1 gestartet, das kommt ganz zum Schluss. Momentan sind wir Kart. Kart finde ich zwar nicht ganz so toll, aber ich hoffe, wir arbeiten uns da langsam nach oben zu den besseren Klassen bis Klasse 1 oder bis Stufe 1 und sind dann irgendwann bei LMP oder bei Formel 1 oder wie auch immer. Bin mal gespannt, das hier ist auf jeden Fall was anderes, deswegen lasse ich das so. Ähm Und wir starten einfach, wir fahren einfach los und Mal schauen. Es hat jemand unter den Kommentar geschrieben, ob ich denn vielleicht mal mit hier mit den Schaltwippen hier fahren möchte. Nö. Nö, nö, nö. Ich bin Sechster. Natürlich. So. Oh Gott. Ach, du schöne Sache. Alter Schwede, sind die rupfisch, die Dinger. Ja, 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 ja. Oh Gott, ih, war das eklig. Alter Schwede. Komm, wackel. Oh. Uh. Achso, und ihr seht es jetzt auch im 2K, nicht mehr in voller D. Alter. Okay. Muss gestehen, das ist ganz schön schwer. Alter, schön. Okay. Okay. Alter, die Bremsen sind ja wie sonst was. Was denn jetzt? Der Turm vor... Vorne leise, achso. Äh. Das war's, ich bin immer noch Sechster. Das war's schon? Oh, das habe ich natürlich... neun Punkte. Okay, ist natürlich nicht ganz so gut. Mal kurz gucken hier. So, wir hinsetzen richtig. Okay, also Kart ist überhaupt nichts für mich. Gotts. Ich glaube, die Gegner habe ich auch nicht mal hochgestellt. Ich glaube, die sind immer noch auf schwach gestellt. auf 30% glaube ich gestanden hat um meine Autos ach, erster immerhin boah sind das scheiß Teile ja gut ja ok ist ja egal oh das war schon hiermit oh ich bin trotzdem erster im großen ganzen aber Kart ist unschön ist nicht ist nicht toll hat keinen Spaß gemacht also Kalender so oh Gott das ist natürlich die Frage wie auffahren wir jetzt Kart bis mal irgendwas anderes kommt mhm mhm oh das ist eine starke Strecke mhm tsch oh naja noch bei Nebel Och man ich weiß nicht ich muss mich scheinbar immer so so da ist da ist da ist Uhhh 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 Gut Naja Uhhh Da sehen nur zwei lächerliche Runden. Okay, damit das Kabel ist so Mist, wenn man so normal spielt, ist das gut, wenn das da oben hängt, das seht ihr glaube ich gar nicht. Aber ich habe es an die Decke gemacht. So. Mit den komischen Karts gefällt mir das wirklich gar nicht. Ich werde lieber meine Autos haben. Man macht schon Spaß irgendwie mit dem Flitzern, aber das würde ich lieber eher just for fun machen. Und nicht. Hopplo. Oh, ich bin erster. Hui. Also, ich bin fertig. Jetzt habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, jetzt bin ich letzter. Ja, gut. Zurück zur Rennzentrale. Ging jetzt so schneller, als ich gedacht habe. Oh nein, noch mal Karte. Ich würde gerne nur eine Sache wissen, wann, ab wann kann ich in die nächste Champion? Muss ich die selber irgendwie unterschreiben? Unterschreiben, oder muss ich hier mal gucken, öfters mal? Ich bin insgesamt erster. Da stehe ich gar nicht mit drin, oder? Nee, geht ja gar nicht. Ach, guck mal, einer fehlt mir noch. Hä? Keine Ahnung. Wir fahren erstmal weiter. Vertrag benötigt. Teilnehmen? Trotzdem kann ich teilnehmen, obwohl ich keinen Vertrag habe. Ich verstehe es nicht so ganz. Leider. ifornierer. Was ist dein Name? Junierer. Letz没有 Vertrag benötigt. Gut. EU-Leider. Ju-Leider. Oh nein. Gibt's hier keine Aufwärmphase bei dem? Oh, alter Schreder. Karts gefallen mir gar nicht. Überhaupt gar nicht. Aber muss ich scheinbar erstmal durch. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020